Sehr geehrter Herr Bundespräsident, ich weiß nicht, wie ich Ihnen für Ihre überaus freundlichen Worte und für Ihre unvergessliche Gastfreundschaft in diesem festlichen Rahmen danken soll. Es ist wunderbar, heute Abend in so großer Gesellschaft zu sein. Und es ist schön von Ihnen, dass Sie gekommen sind und mich nicht mit einem Dinner for One alleine lassen. Over all these years, and in so many ways, I have been struck by the warmth of the friendship between our nations and by the vitality of our partnership in countless areas. It was, Mr. President, a friendship which mattered greatly to my mother, the late Queen, who cared deeply about the bond between our two countries. I did want to thank you all once again for the profoundly touching messages of support and affection we received from so many people in Germany following the sadness of her death last year. Ladies and gentlemen, your kindness meant more to my family and myself than I can possibly express. The relationship between Germany and the United Kingdom matters greatly to me, too, Mr. President. And I am more convinced than ever of its enduring value to us all. It means so much to us that my wife and I could come to Germany for this very first overseas tour of my reign. I can only assure you that throughout the time that is granted to me as King, I will do all I can to strengthen the connections between us. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass meine Frau und ich lange genug leben werden, damit wir in diese wunderbare Stadt zurückkommen und sehen können, wie unser Baum gewachsen ist, und damit wir weiter unseren Teil zu dieser kostbaren Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern beitragen können. Erheben Sie bitte mit mir das Glas. Herzlich ist, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig. Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017